Sojabohnen lieben Wärme, besonders in ihrer Jugend. Im wechselhaften deutschen Klima wachsen die Beikräuter oft schneller. Ohne gutes Management versinken die Bestände dann in Melde, Amaranth und Hirse. Starke Verunkrautung kostet bei Soja erheblich Ertrag, bei erschwerter Ernte. Gutes Management, das bedeutet vor allem Anbau nur auf Feldern mit geringem Beikrautdruck, Einhaltung vernünftiger Fruchtfolgen, mehrfache flache Bearbeitung vor der Aussaat, geringe Stickstoffgehalte im Boden, vitales Saatgut und optimale Aussaat. In Kombination mit dem gezielten Einsatz von Hacke und Striegel können so langfristig saubere Sojabestände angebaut werden. In den letzten Jahren hat sich wahnsinnig viel getan im Bereich mechanische Beikrautregulierung. Wir haben etliche neue Geräte, die die Arbeit erheblich erleichtern und vor allen Dingen die Präzision verbessern. Es gibt den Trefflerstriegel, der ein hervorragendes Gerät ist. Der Rollstriegel, der vor einigen Jahren schon entwickelt wurde, wurde jetzt nochmal verbessert und verfeinert, dass man damit wirklich hervorragende Ergebnisse erzielen kann. Es gibt Kamerasteuerungen, die jedes Jahr genauer werden, die mittlerweile auch wirklich eine große Hilfe darstellen und nicht mehr so teuer sind, wie sie noch vor drei Jahren waren. Auch im Kleinen hat sich viel getan. Wir sehen hier verschiedene Anbaugeräte. Der Torsionsstriegel, der auf manchen Standorten gute Arbeit leistet und recht preiswert ist. Dann die sehr teure Fingerhacke, die aber durchaus auch im Sojaanbau sehr viel bringen kann, die eben in die Reihe reinarbeitet. Die gibt es schon lange, wird aber auch immer weiter verfeinert. Hier haben wir ein Element vom Rollstriegel in Kombination mit der Hacke, der in der Reihe arbeitet, was auch eine interessante Option sein kann. Und ich denke, dass auch in den nächsten Jahren da noch weitere Neuerungen zu erwarten sind, was dann den heimischen Sojaanbau wirklich selbst in feuchteren Gegenden viel, viel leichter macht, als es noch vor fünf Jahren war. Trotz dieser ganzen tollen neuen technischen Möglichkeiten, die natürlich alle auch wahnsinnig viel Geld kosten, ist der Faktor Mensch nach wie vor absolut entscheidend. Denn der Arbeitungszeitpunkt nicht genau getroffen wird und die Maschineneinstellung nicht akkurat ist, dann nützt die teuerste Maschine nichts. Und hier kann ich nur allen Betriebsleitern raten, sich auszutauschen, intensiv zu beobachten, immer wieder vom Schlepper abzusteigen, zu gucken, auszuprobieren. Das macht sich immer bezahlt. Eine der wichtigsten Regeln ist, heute wie vor 100 Jahren, man muss das Beikraut bekämpfen, bevor man es sieht. Also im Fädchenstadium, wenn gerade die kleinen Würzelchen kommen, ist es ein Kinderspiel, das Beikraut mit einfachen Geräten zu stören. Später, wenn es einmal verankert ist, wird es schwieriger. Je nach Standort und verfügbarer Technik kommen bei Soja verschiedene Striegel und Hacken zum Einsatz. Als Standardverfahren könnte man das Blindstriegel mit einem herkömmlichen Hackstriegel, gefolgt von zwei bis vier Durchgängen mit der Maschinenhacke und gegebenenfalls weiteren Striegeleinsätzen bezeichnen. Dabei wird die Gänsefußhacke häufig durch eine Fingerhacke ergänzt. Das Striegeln ist die einfache Variante der Unkrautbekämpfung im Sojaanbau. Mit dem Striegel hat man eine große Schlagkraft, entsprechend günstigen Einsatz pro Hektar. Und vor allen Dingen erreicht man auch die Beikräuter in der Sojereihe, nicht nur zwischen den Reihen. Und besonders das Blindstriegeln ist eine hervorragende Möglichkeit. Beim Blindstriegeln hat man die einmalige Gelegenheit, die Unkräuter flächig zu bekämpfen und keine einzige Sojapflanze zu schädigen, wenn man es zum richtigen Zeitpunkt macht. Bei vier bis fünf Zentimeter Saattiefe ist der richtige Zeitpunkt meistens nach vier Tagen, fünf Tagen. Die Bedingung ist natürlich, dass die Saattiefe sehr gleichmäßig ist. Wenn einzelne Körner weniger tief liegen, dann werden die beim Blindstriegeln kaputt gemacht. Die Soja ist da sehr, sehr empfindlich. Beim Blindstriegeln sollte die Soja bereits nach unten verwurzelt sein, aber noch keinen Keim nach oben schieben. Der junge Keimling ist sehr empfindlich. Und auf Standorten mit starker Unkrautwüchsigkeit gibt es auch Experten, die sogar blind hacken. Also wenn man die Sehereihen noch sieht, kann man mit viel Fingerspitzengefühl auch sogar mit der Gänsefußhacke in Kombination mit dem Striegel durchfahren. Da muss man natürlich genau hingucken, was man tut und hat aber dann einen hundertprozentigen Erfolg auch schon gegen Wurzel und Kräuter, die von unten hochkommen. Nach dem Blindstriegeln, wenn die Soja ins Spitzen geht, ist Bearbeitung tabu. Da sind die Keimlinge sehr empfindlich. Und ab dem Dreiblattstadium wird dann wieder gearbeitet. Und da wird in der Regel im Wechsel mit der Hacke und dem Striegel gefahren, je nach Situation. An heißen, trockenen Tagen wie heute sind die Sojapflänzchen schlaffer. Das heißt, sie brechen weniger leicht ab. Das Unkraut, was man ausreißt, vertrocknet jedoch umso schneller. Das sind eigentlich optimale Tage. Morgens im Tau zum Beispiel haben die Pflänzchen wieder mehr Spannung und brechen entsprechend leichter ab. Das sind so Details, wo man sich reinfuchsen muss und Erfahrung braucht. Beim Blindstriegeln kommen sowohl herkömmliche Striegel zum Einsatz, wie hier der Trefflerstriegel, als auch der Rollstriegel, den wir hier sehen. Der kann da auch schon gute Dienste leisten, insbesondere wenn es darum geht, auch Krusten aufzubrechen. Die Hacke ist aus dem Bio-Soja-Anbau aktuell nicht wegzudenken. Ziel ist, die Anzahl der Überfahrten zu minimieren. Es gibt immer wieder Sojalandwirte, die versuchen, die Soja in engen Reihen anzubauen und nur mit dem Striegel sauber zu halten. Ich kenne bisher persönlich nur einen einzigen Betrieb, der das wirklich erfolgreich praktiziert. Im Trockengebiet mit perfekter Striegeltechnik, also ein Hackstriegel und ein Rollstriegel, beide in optimaler Ausführung. Und mit ausschließlich sehr erfahrenen Traktoristen. Und man muss einfach sagen, der Anbau in den Reihen mit Hacke hat sich auf den meisten Standorten bisher bewährt. In der Reihe kann die Fingerhacke oder auch die Torsionshacke oder das Anhäufeln Abhilfe schaffen, wenn die Unkräuter noch sehr klein sind. Sobald sie ein bisschen größer sind, hat man da keine Chance mehr. Auf vielen Betrieben ist das Hacken Chefsache, besonders wenn nah an die Reihen rangefahren werden soll. Kamerahacken können da eine große Erleichterung bringen. Also gerade in diesen Zeiten, wo Arbeitskräfte auf den Betrieben immer knapper werden. Und die Technik hat sich in den letzten Jahren eben stark weiterentwickelt. Die Geräte sind präziser geworden und günstiger geworden. Und da kann das eine große Hilfe sein. Vielfach sehen die Bestände zum Reihenschluss sauber aus. Man hat den Eindruck, man hat alles richtig gemacht und hat einen wunderschönen Sojabestand. Doch verstecken sich oft kleine Unkräuter in der Reihe, die dann später, wenn die Soja die ersten Blätter abwirft und Licht nach unten kommt, hochkommen und bis zur Ernte richtig auf Mannshöhe hochwachsen. Es gibt mittlerweile eine Reihe von Bio-Betrieben, die zeigen, wie man ohne Herbizide gute, saubere Sojabestände hinkriegt. Nicht nur in einzelnen Jahren, sondern in fast allen Jahren. Und entscheidend ist am Ende, wie immer, die Liebe zum Detail. Und es kommt auf die Summe der Details an. Wenn man sich da reinfuchst, dann ist einiges möglich.